Ja moin, es ist nachts um 3 in Hannover, Samstagmorgen. Wir stehen hier vor der Uni, haben sechs Busse und gleich fahren wir mit 300 Antifaschistinnen und Antifaschisten nach Dresden zum dritten Mal in Folge den größten Nazi-Aufmarsch Europas zu verhindern. Also, auf geht's! 2.000 Leute sind hier auf dem Hauptbahnhof in Dresden, kein Nazi weit und breit in der Stadt und gleich geht's los, klasse Stimmung hier, große Jubel-Demo. Wir haben es geschafft, im dritten Mal in Folge den größten Nazi-Aufmarsch Europas zu verhindern. Ich bin schon mehrfach hier in Dresden und heute zum ersten Mal ohne Nazis im Februar, das ist ein tolles Gefühl und ich hoffe, dass es die nächsten Jahre auch so ist, Dresden nazifrei. Das ist ein großer Erfolg, insbesondere für Sachsen und für Dresden. Es hat ja viele Jahre gedauert, dass wir die Nazis vertreten haben. Der letzte Montag, der 13. war schon ein großer Erfolg und dass sie heute gar nicht da sind und wir aber so viele sind, das ist ganz toll. Ja, ich sagst du nur, wir fangen gleich nach Hannover zurück. War ein großartiger Tag, viel Sonne, super Stimmung, riesen Demo, 10.000 Menschen. Wir haben gewonnen. Zum dritten Mal im Folge Europas größten Nazi-Aufmarsch blockiert. Dieser Aufmarsch ist hoffentlich jetzt Geschichte. Für uns ist klar, unser Kampf gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus geht trotzdem weiter. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.